Hallo, mein Name ist Tim und ich begrüße euch heute zur ersten Folge von Spaß mit Mikrofonen. Nein, Quatsch, keine Angst, ich mache hier natürlich keinen Sheldon Cooper. Ich mache hier einfach nur irgendwas. Ganz kurze Einführung, ich habe jetzt schon einige Jahre lang, ich muss mal kurz nachdenken, sechs Jahre lang mache ich jetzt quasi beruflich Videos und gerade so im letzten Jahr habe ich relativ viel gelernt, was so die Nachbearbeitung und sowas angeht und da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja doch eigentlich alles ganz spaßig, vielleicht musst du mal was eigenes machen. Und eigentlich wollte ich noch ein bisschen abwarten, ja, mit so, bis ich ein bisschen, ja, den Hintergrund wollte ich noch ein bisschen anpassen und sowas und ein Licht habe ich bestellt und so Kram, nicht mal ein Ansteckmikrofon habe ich. Warum dieses Mikrofon übrigens so komisch aussieht, das liegt daran, dass ich vergessen habe, einen Popschutz mitzubestellen und wenn ich das jetzt ohne irgendwas benutze, dann hört man die ganze Zeit so einen komischen, ja, wie ein Windstoß, sage ich mal und das klang ganz, ganz schrecklich. Deswegen habe ich das bekommen und das ist wohl ein, ich kann euch nicht genau, also ich weiß, wofür man das benutzt, das ist quasi, hier macht man eigentlich eine Seife rein. Das fängt echt gut an hier, oder? Auf jeden Fall habe ich jetzt gerade dieses neue Mikrofon bekommen und ich habe einfach unfassbar viel Spaß damit. Ja, wie hört sich das an, wie hört sich das an? Und deswegen habe ich gedacht, Mensch, das musst du jetzt direkt aufnehmen, deswegen werde ich jetzt einfach ein paar Geräusche produzieren. Und das macht am allermeisten Spaß, wenn man gleichzeitig dabei Kopfhörer auf hat, ja. Also wenn jetzt irgendjemand schaut, jetzt bitte die Kopfhörer einsetzen, sonst ist das alles nicht so intensiv. Los geht's. Los geht's. Ich kann es den ganzen Tag machen. Allein das, sonst gibt ja noch viel mehr Reißverschlüsse. Hörst du das auch? Nika, komm her. Ja. Das ist besser als das Honigglas. So, das soll es jetzt erstmal von mir gewesen sein. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, falls das überhaupt jemand gesehen hat. Und ich würde sagen, irgendwie denke ich mir jetzt was Neues aus und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Cheers.